Sich minutenlang sorgen, weshalb Florian David Fitz so fettig aussieht, dann feststellen, dass er es gar nicht ist, sondern Felix Neureiter. Neues Lifegoal. Einmal neben Anke Engelke in der Linie 16 sitzen und neun Stationen lang hart fanboyen dürfen. Ich steig intellektuell hinter diesen Tweet nicht. Fanboyen klingt jetzt erstmal ein bisschen unangenehm. Justus von Dornane sieht auch ein bisschen aus, als hätte man einen Golden Retriever mit einem Mops gekreuzt. Felix Neureiter sieht, ich bin immer noch dabei. Öffne Instagram für inspirierende Beiträge. Nilam, curly, 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 curly. Vielen Dank, ich fühle mich motiviert, meine Glatze heute Locken zu verpassen. Das finde ich sehr witzig. Ich sehe aus wie Felix Neureiter, wenn ich fertig bin. Nein! Habt ihr es kapiert?